so heute gegen unsere katz zum ersten mal fleischiges und hier ist das ende ergebnis die beise sich gegenseitig auf die fonden der sieht schon aus als hätte schon selbst essen da ist auch noch ein krümel die sind jetzt 45 wochen alt also wenn ihr die katzen haben wollt schreibt in die kommentare ich will eine katze haben er schreibt in die kommentare hashtag ich will hashtag ich will das kann jetzt eine weile dauern ja wer ist denn da na schmeckt das na toll kauen ist noch nicht so einfach war aus ja du wirst schon schnurren tust du auch schon naja naja ja ja schnurren schnurren schnurren